Rentenerhöhung 2023. Kommt sie oder kommt sie doch nicht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich schaue jetzt gerade mal in meinen Bildschirm rein. Da habe ich eine Anfrage auf anfrage.rentenbescheid24.de bekommen. Die lautet sinngemäß, es wurde Ende letzten Jahres von Herrn Heil gesagt, dass es im Neujahr 2023 eine Rentenerhöhung geben soll. Kommt sie denn nun oder kommt sie denn nicht? Meine Damen und Herren, lieber Anfragender, die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß es einfach schlichtweg nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Rentenerhöhung 2023 geben wird. Ich weiß noch nicht einmal, wenn es eine geben sollte, was vielleicht noch nicht mal Hubertus Heil tatsächlich weiß, wie hoch die dann ausfällt. Wir haben Ende des letzten Jahres erste Prognosen erhalten, wie sie eventuell ausfallen könnte. 4,2%. Aber das weiß keiner so genau, weil wir schlichtweg die Lohnentwicklung im Jahr 2022 noch nicht kennen. Die Zahlen stehen aus meiner Sicht über das Statistische Bundesamt noch gar nicht fest. Das heißt also, wir wissen heute am 17. Januar 2023 nicht, welche Lohnentwicklung es im Jahr 2022 gegeben hat. Insoweit kann ich nur noch mal darum bitten, wir müssen alle warten bis Mitte, Ende März, bis das Bundesministerium für Arbeit und Soziales über eine sogenannte Rentenwertbestimmungsverordnung die neuen Zahlenwerte dann bekannt gibt. Ich gehe davon aus, dass es eine Rentenerhöhung geben wird. Wie hoch die aber ausfällt, das weiß mit Stanz 17. Januar 2023 noch keiner in Deutschland. Also bitte Geduld haben und warten und wenn es eine Rentenerhöhung gibt, dann hoffe ich, dass die richtig hoch ausfällt, weil ich davon ausgehe, dass die Lohnabschlüsse in vielen Teilbereichen im Jahr 2022 doch recht hoch ausgefallen sind. Die Inflation, also die Geldentwertung, hat mit der Rentenwertbestimmung als solches nichts zu tun. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.